Willkommen zur zweiten Folge vom Firewatch. Ich muss der Ollen jetzt Bescheid geben, oder? Nö. Wir gehen mal weiter zum Fireworks. Bei Firewatch. Kann ich hier nicht runterlaufen? Will ich aber auch gar nicht. Wir joggen mal weiter und gucken mal, was es hier alles so gibt. Ach, was denn hier komme ich jetzt nicht hoch, oder was? Also muss ich doch da lang gehen. Ach, das ist ja cool. Ich prob es eher einmal drücken und er joggt. Das ist noch Supply Case, okay? Okay. 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 Hey, das geht gut? Okay. Okay. Machen wir mal alles sauber, oder? Ob das jetzt in der Sache ist, was ich jetzt hier mache, weiß ich nicht, aber... Backpacks? Na gut, haben wir aufgeräumt. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'm going west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Ich denke mal, ich muss hier runtergehen. Ach, ich habe keinen Salme. Na ja, so ungefähr... Weiß ich auch, wo ich langgekommen bin, glaube ich. Da komme ich aber nicht lang. Hä? Bin ich nicht von hier gekommen? Klar bin ich von hier gekommen. Wollen wir mich verarschen? Jetzt muss ich jetzt hier suchen, wo ich jetzt hier lang muss, oder wie? Also, ich muss jetzt am Lake lang, oder was? Hey, hey, there's a trail to Two Forks Tower, down here near the lake. Yeah, that's your tower. I know, that's my tower. Why is there a sign to it? Hikers like to pick landmarks. It's a nice one. Hm. Es ist ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu langweilig, aber... Ah, es ist sehr scripted. Nein, es sieht gut aus, ne? Und so, aber... Ich weiß nicht, dass ich das letzte Nacht war, wenn ich dich zum Job kam. Ja, also, du bist nicht der erste Boss, um das zu sein. Ich weiß, ich weiß, dass ich mich ein bisschen schrecklich fühle, dass ich dich auf dem Platz über... ... warum du hier draußen bist und was. Es ist gut. Ich werde das so etwas zu einem Minimum halten. Insofern, lass mich wissen, wenn du zurückkriegst. Woher klar ist, dass jetzt ein Sturm anfängt und dass der natürlich auch so schnell aufzieht, ne? Da regt sich sogar schon mein Kater auf. Ganz schön scripti scripti hier alles, ne? Na toll. Was ist in dieser Cave hier? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, ich habe es nicht. Aber in der Cave? Ich weiß, es weiß nicht. Es ist ziemlich gefährlich. Diese Cave ist aus. Es ist zu stoppen Spelunkers von sterben, ohne die Gehe von der Forest Service zu bekommen. Das macht Sinn. Aber Debbie sagt, sie hat ihn verloren, wie drei Jahre, also... ... so vielleicht die Mysterie sind geblendet für gut. Oh, das ist zu schlecht. Ich habe in Colorado oft zu gehen. Es ist wirklich schön, dass ich das wieder zurückkriegte. Fond erinnern, hm? Großartig. Ich werde, äh... Ich werde einen Augenblick auf diese Gehe. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Keine Worte. Wait, er schaut dich an? Ist er etwas anderes? Ich... Ich glaube nicht so. Henry, es ist... Es ist etwas, was ich... Es ist etwas, was jemand hätte dir gesagt, über diese Bereich. Was ist das? Es ist... ... außerhalb. Komm schon. Es ist das ganze Ding. Und die Leute kommen und gehen, wie sie es lieben. Es ist... Es ist verrückte. Ja, ja, okay. Ich verstehe. Wird es jetzt auch noch ein bisschen mysterymäßig, oder was? Puh, ganz schön viel sinnloses Klettern. Verdammt. Uh, well, that trail isn't closed anymore. Oh, wirklich? Ja. 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 Das ist das? Ja. 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 Und... Ja. 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 Na, ja. 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 Sie. Äh... Was kann ich für dich machen? Mein Schriftsteller ist auf der Grund, außerhalb meiner Tauer. Du bist richtig? Ja, schau, der Wind? Nein. Wie die Hölle... Du solltest innen. Fuck mir. Ja, schau. Was? Sie haben den Ort. Sie haben meinen Schriftsteller aus der Tür. Motherfucker! Scheiße! Um, ich werde die Schriftsteller wissen, was passiert. Wir müssen die Tür fixieren. Im Morgen, Henry. Du wirst nicht kalt. Okay, ich habe eine Anruhe. Das war schnell. Ja, naja. Hast du eine Idee, wer hätte das tun können? Ich war wahrscheinlich mit den Mädchen auf dem Legen. Fuck sie. Ja. Ich werde die rangeren schauen, um ein paar junge Mädchen und fragen, was sie finden. Ich kann nicht glauben, dass jemand das tun würde. Ich schaue mich über die Bärchen und die Feuer, und das ist es. Und jetzt muss ich mich über ein paar... Violenten Campers? Okay. In der Morgen werde ich meine Freundin Patty, die die Kote in Cody arbeiten. Sie haben eine Liste von allen, die in und aus der Türkei sind, seit... ... seit... ... seit... ... seit... ... und sehen, ob wir eine Liste von Namen haben. Wir werden nicht viel, aber wenn etwas anderes passiert, können wir uns das referieren und sehen, ob etwas kommt. Danke. Ich brauche dich hier zu fühlen. Okay. Joa. So viel dazu. Ein bisschen strange bis jetzt. Wir wären doch nicht ganz so sicher. Ich weiß nicht, warum das wäre der Fall. Ich weiß nicht, warum das wäre der Fall. Ich würde mich überraschieren? Über was? Wir können nicht helfen, wenn wir es brauchen. Oh, du bist schwer, Henk. Du bist nicht der Mann, der magst du fragen, für Hilfe. Natürlich. Was ich brauche, dass du, wenn du da bist, ist, ... also, du möchtest zurück da, geh durch und weiter nach dem Norden gehen, wenn du rauskommst. Kannst du. Danke, Henk. Es ist Henry. Was? Du magst nicht Henk? Ja, ich mag nicht Henk. Aber Danke riemen mit Henk? Nein, es nicht. Okay. 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 Joa. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir dann den nächsten Cut. Und den zweiten Tag seht ihr in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao! Hoa. Ich habe ...